Ab jetzt gibt es keine Ausreden mehr, morgens im Bett liegen bleiben zu wollen, denn jetzt habt ihr uns, Vanessa und Simon. Hey! Hallo! Kommt rein, willkommen! Normalerweise hört ihr uns ja nur im Radio, wisst gar nicht, wer spricht da eigentlich, also so sehen wir aus. Und so sieht es hinter den Kulissen aus. Das ganz Besondere für uns war, dass das Studio ja extra für uns und für euch neu gebaut wurde. Und zu wissen, dass ich quasi die erste bin, die auf den Knopf drückt oder die erste bin, die die Kopfhörer auf hat, das war was ganz Besonderes. Das sind Ihre Knöpfe hier unten, das sind ungefähr so 100 Stück. Ja, und du hast? Diese Fernbedienung, um das Licht einzustellen. Und da sind die Mikrofone. Und manchmal auch, wenn Simon mich nervt, dann lasse ich es einfach aus. Du lässt es echt aus, ne? Ich lasse es aus. Wir können aber auch zum Beispiel dieses Pad hier benutzen, ne? Können wir zum Beispiel auf die 1 drücken. Das ist sowas, das bauen wir immer zwischen die Songs. Soko Radiozeit! Ja, 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 ja. Das hat Simon, glaube ich, eingesungen. Und ich mache im Prinzip nur so. Und das sieht so aus, als würde ich arbeiten. Oder? Viele fragen uns auch immer, was macht ihr eigentlich, während die Musik läuft? Wir gucken natürlich, was passiert gerade aktuell. Das Ganze runtergebrochen auf leichte Moderation, dass wir nicht zu komplizierte Sachen machen. Hier stehen wir jetzt am Platz für unsere Studiogäste. Und auf wen ich mich schon freue, ist ja dein bester Kumpel, Wusel. Ja, Wusel wird auch vorbeikommen. Wie groß ist er denn? Kann der, sitzt er dann auf dem Tisch? Oder wie macht er das? Ja, das müssen wir uns noch genau überlegen. Ich habe ihm erst mal gesagt, das ist alles so extra für ihn so hingebaut worden. Und hat er gesagt, oh, dann kommt er gerne. Aber wichtig ist, hier sind halt unsere Gäste. Wir müssen jetzt ganz dringend mit unserem neuen Baby-Elefanten raus. Das ist unser Haustier hier. Der ist stubenrein, und da kann man immer super Gassi gehen. Das heißt, wir sehen uns gleich im Studio. Und Elefanti, Vanessa und ich müssen hier zum Passwort. Komm, wir haben noch 20 Sekunden. Wir müssen jetzt schnell hier raus. Okay, alles klar. Tschüss, sag tschüss, Elefant. Tschüss, macht's gut. Tschüss.